Und herzlich willkommen bei 5 Mütter, die euch kotzen können. Die Träumermutter. Das Kind spielt gerade im Sandkassen und die Mutter schaut nur im Himmel und bewundert wunderschöne Wetter. Auf einmal passiert dem Kind was. Das Kind fällt nach hinten um und die Mutter. Oh, es wird ein schönes Wetter. Oh, guck mal die Wolken an. Kind, was ist hier passiert? Und auf einmal fällt es dir auf, dass dem Kind was passiert ist. Die Träumermutter macht viele Erlebnisse mit euch. Bucht gerne und versucht euch zu motivieren, dass sie sportlich sein. Gewicht heben und Bodybuilding, Boxen, alles was euch aktiv macht, macht die Mutter mit euch. Außerdem Bungee Jumping ist sehr gut für Action und ihr erlebt eigentlich sehr viel. Für den einen oder anderen, der gerade faulenzen will, ist es natürlich nichts. Die Stalkermutter. Ihr seid gerade in eurem Zimmer und wollt einen schönen Abend mit euren Freunden haben? Daraus wird nichts. Denn die Stalkermutter stalkt euch die ganzen euren Freunden und euch einfach unterhalten. Das geht nicht bei der Stalkermutter. Ich glaube, die werden gleich Geschlechtsverkehr haben. Und du denkst dir nur so, warum stalkst du mich? Kannst du nicht woanders sein? Ich will Ruhe haben mit meiner Freundin und nicht von dir genervt werden. Die verpeilte Mutter. Ihr könnt natürlich sie am besten ausnutzen und habt eigentlich einen Vorteil, so gesagt. Denn die verpeilte Mutter vergisst sehr viel. Sie vergisst andauernd, wo was liegt. Aber wenn es dann darum geht, dass sie irgendwas weggeräumt hat von euch und das dann vergisst, dann seht ihr am Arsch und habt ein Problem. Wollen wir noch mal die Schlüssel? Mama, ich weiß noch nicht, wo du die Schlüssel hingepackt hast. Hm, lass mich mal überlegen. Hm, vielleicht in der rechten Schublade? Guckt sie erst mal nach in der rechten Schublade, ob da hier der Schlüssel ist. Natürlich nicht. Zehn Minuten später fällt dir erst ein. Hm, ach, ich wollte doch noch einen Schlüssel machen. Und schon hat sich die ganze Situation geklärt. Aber erst mal die ganze Radeau getrieben, dass sie irgendwas vergessen hat, wo es ist. Und ihr sucht dann die Wohnung danach. Das ist natürlich ein Unding. Die Strafanstalten, Mutter. Ihr habt ein schlechtes Zeugnis. Ach, mit der Mutter ist gar nicht zu spaßen. Ihr zeigt das Zeugnis. Mein Zeugnis, ich hab aber eine 3 geschrieben. Eure Mutter. Lass mich erst mal schauen. Ist schon in der Sprache. Hört ihr hier raus. Gleich gewittert. Lass mich mal gucken. Du hast eine 3. Hausarrest. Für 3 Monate. Bis es besser wird. Und du wirst dich nicht mit deinem Freund treffen. Du wirst den ganzen Tag nur lernen. Und zur Schule gehen. Du wirst das Haus nicht ein einziges Mal verlassen. Du wirst die ganze Zeit zu Hause bleiben. Ist das klar? Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns noch ein Video da und lasst bleiben. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein.